Hallo, hier ist wieder Holger mit deinem Podcast Finanzen, Lernen, Plan, Leben. Der Podcast von und mit Holger Nentwick. Hallo zum heutigen Podcast. Das Thema lautet, ich bin mit meinem Steuerberater unzufrieden. Was soll ich tun? Also interessant ist diese Podcast-Folge natürlich für diejenigen, die mit Steuerberater zusammenarbeiten. Denen, der keinen Steuerberater hat, der braucht diese Folge nicht zu hören. Kann aber natürlich trotzdem hören, wenn er ein bisschen Know-how aufbauen will, falls er mal einen Steuerberater braucht. Und er hat vielleicht Freunde, Bekannte und so weiter, Geschäftskollegen, die so etwas gebrauchen könnten. Dann leite diesen Podcast doch bitte einfach weiter, sobald er draußen ist. Ja, wie komme ich wieder auf dieses Thema? Ja, ich arbeite ja sehr, sehr viel mit Steuerberatern zusammen. Ich kenne nahezu jeden Steuerberater meiner Top-Mandanten sowieso. Und auch von B-Kunden, auch zum Teil die Steuerberater, sehe deren Arbeit, was sie abliefern, wie eine BWR aussieht, wie eine Summenseilenliste aussieht, ob sie das Abschreibungsverzeichnis immer mal mit dir durchsprechen, ob sie dir Tipps und Tricks geben, wie du deine Steuer minimieren kannst, wie du mehr Vermögensbildung machen kannst, durch intelligente Verkäufe von Immobilien innerhalb der Familie etc. Da sind ja keine Grenzen gesetzt. Aber so wie das in jedem Beruf ist, es gibt so eine und so eine Leute. Die einen sind richtig top ausgebildet, die können Leistung bringen, bringen auch Leistung. Da gibt es die, die können Leistung bringen, weil sie von den Ausbildern es ja können. Aber sie haben weder Zeit noch die Muße dazu, denn es ist ein neues Geschäftsfeld, was sie aufmachen. Und dann gibt es die, die im Prinzip weder können noch Ahnung haben. Ja, solche gibt es auch. Gibt es in meinem Bereich, im Finanzbereich natürlich auch. Einige Leute, die da so rumlaufen, die soll man besser nicht kennenlernen. Ja, und ich werde sehr, sehr oft vom Mandanten halt gefragt, hey Holger, Mensch, mit dem Steuerberater bin ich so unzufrieden, was soll ich denn da machen und so weiter. Oder ich bekomme schon mal so eine Art Hilferufe. Hey, der geht mir sowas auf den, ich möchte den wechseln oder ich habe den gerade gekündigt und so weiter. Holger, kannst du mir helfen? Lass uns das Ganze mal ein bisschen mehr aufbohren. Das ist auf jeden Fall einen Podcast wert. Was hat der Steuerberater eigentlich für eine Aufgabe? Damit will ich anfangen. Der Steuerberater hat die Aufgabe, eine Steuererklärung zu erstellen, um dem Finanzamt anzuzeigen, hey, der Herr Adam hat so und so viel Gewinn gemacht und darauf ist es dient, die Steuer zu bezahlen. Wie schafft er das? Er muss sich vorher mit dem Thema Buchführung beschäftigen. Er sieht also, was wird an Geld eingenommen, was wird an Geld ausgegeben, welche Einkommensarten gibt es bei dem Mandanten, die fasst er zusammen. Und dann kommt irgendwann mal eine Steuererklärung raus. Dann kommt die, neben dieser Finanzbuchhaltung, wie man das so schön nennt, kommt dann noch dazu, also eine Finanzbuchhaltung heißt, dann wird eine bezüglichwirtschaftliche Auswertung erstellt und eine Such- und Seilenliste, wenn du selbstständig bist, in ein Unternehmen hast. Wenn du jetzt Angestellter bist, dann hast du mit solchen Sachen natürlich nichts zu tun. Da musst du eine Jahressteuererklärung machen. Wenn es nicht kompliziert ist, kann man das in der Regel selbst machen. Ich habe viele Mandanten, die aus Management kommen, die das selbst können. Die holen sich aber dann den Tipp vom Steuerberater, hey, guck mal drüber, was kann ich denn sonst noch einpflegen, was habe ich vielleicht vergessen etc. Dafür ist ein Steuerberater als Ratgeber, als Tippgeber natürlich auch sehr, sehr, sehr wichtig. Denn je höher die Position ist, je höher das Einkommen ist, desto mehr Möglichkeiten gibt es natürlich auch, aus Spartensteuern Vermögen zu bilden oder durch den einen oder anderen Trick, dem Finanzamt ein bisschen Steuern auf legiale Art und Weise natürlich kurz zu enthalten. Dann macht der Steuerberater, wenn du eine Firma hast, natürlich Lohn, die Lohnabrechnung, Mitarbeiterfragen usw. und so fort. Und wenn du Vermietungs-Verpachtungs-Immobile hast, das heißt, wenn du hingehst, hast du eine Immobilie als Kapitale, die du vermietest, dann hast du Einkommen zur Vermietung und Verpachtung. Dafür muss auch eine Steuererklärung erstellt werden, abgegeben werden. Das ist das Urgewerk eines Steuerberaters. So, das ist Basics. Das sollte eigentlich jeder Steuerberater, das hat er gelernt, als Basic haben. Aber du hörst eins daran, es geht um die Erstellung von irgendwelchen Unterlagen für das Finanzamt. Das ist, wenn du es so willst, Buchhaltung, Erstellung von Jahresabschlüssen etc. Das hat aber noch nichts mit Beratung zu tun und jetzt ist der nächste Schritt. Der normale Buchhalter macht diesen Job, das hat er gelernt. Da gibt es natürlich auch wieder Unterschiede, dass irgendwelche Leute Sachen vergessen, falsch buchen etc. Denn die Steuerberater haben natürlich auch die Herausforderung, gutes Personal zu finden, ausreichend Personal vorzuhalten. Und ja, unsere Politiker haben ja in den letzten Jahren die Steuerberater auch mit vielen, vielen Aufgaben beschäftigt, die nebenher gemacht werden müssen, die mit dem eigentlichen Tagesgericht gar nichts zu tun haben, sei es nun die ganzen Corona-Hilfen, die müssen jetzt wieder abgerechnet werden, sei es die Grundsteuerreform, die da durchgeführt werden muss, wo dann Grundstücke neu bewertet werden müssen, da haben einige Steuerberater, ich kenne, ganze Taskforce in ihrer Kanzlei neu aufgebaut, mussten sich neue Programme dafür kaufen, mussten eine Person abstellen in der Kanzlei, damit das dann professionell abgearbeitet werden konnte für Mandanten. Denn die meisten Mandanten hatten natürlich gar keine Lust, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, das über Elsa zu machen, wo man auch, da muss man schon richtig fit sein und man muss gewöhnt sein, mit so einem Programm zu arbeiten, damit das alles geht. Ich habe mich dabei, ich weiß auch, ob meiner Schwägerin beginnt, die da sehr fit drin ist, die sich da reingewurschelt hat, ich wäre auf ein paar Wochen gar nicht gekommen. Tja, mein, fällt mir gerade ein, ich habe ja Steuerberater studiert auf der Uni, aber so habe ich nicht gelernt, habe ich viel Theorie gelernt und bin sicherlich auf den Kopf gefallen, man muss mit solchen Programmen wirklich Tag ein, Tag aus ein bisschen arbeiten und sich reinfuchsen, um auch zu wissen, wie so etwas funktioniert. Dann ist Elsa ganz gut, ich kenne einige Leute, die machen was für ihre Steuer, wunderbar und wie gesagt, die stellen dann ihrem Steuerberater Fachfragen und sagen, komm, auf Stundenbasis berätst du mich und optimiere mal meine Situation. Ich war also dabei von den Gedanken, die ich aufgefädelt hatte, Steuerberater haben natürlich auch sehr, sehr, sehr viel zu tun, machen das Tagesgeschäft, also die Steuererklärung ist fertig gemacht. Steuerberater, die dann sagen, hey, das reicht mir nicht, ich möchte jetzt schon ein bisschen mehr beraten, ich möchte meinem Mandanten doch ein bisschen mehr Nutzen bieten, die machen dann schon eine Quartalsweise Steuerhochrechnung. Ganz besonders wichtig bei Selbstständigen, bei denen ist es ja so, die haben Einnahmen, die haben Ausgaben, haben Gewinn und der Gewinn wird dabei erst zwei Jahre später dem Finanzamt gemeldet, in einer Steuererklärung, die abzugeben ist. Ich nehme den Podcast jetzt hier am 11. August auf, 2023. Die Steuerberater haben bis Ende des Monats, bis zum 31.8. Zeit, die 21er Steuererklärung noch klar zu machen. Das heißt, der Steuerberater und diejenigen, die das machen, die Helfershelfer des Steuerberaters, das sind mit ihren Gedanken in 2021, ja, und du bist jetzt in 2023 und jetzt kommt der nächste Schwung, gibt es Steuerberater, die auch aktuell in 2023 beraten, tätig sind und sagen, Herr Mandant, wie sieht denn das aus? Deine 3-Jahres-, 5-Jahres-, 7-Jahres-Ziele, die du aufgestellt hast. Du willst neu investieren, du willst Wachstum, du willst ein Firmenwachstum haben, du möchtest bestimmte Maßnahmen deiner Firma, in deiner Praxis, wie auch immer, was du da hast als Selbstständiger oder als Unternehmer, was möchtest du da machen? Da geht die Beratung los, wo man Gestaltungsberatung macht, wo man in die Zukunft hineinschaut. Heute stehst du hier, die Vergangenheit war so und was willst du morgen und übermorgen gestalten und wie kann ich dir dabei helfen, dir Tipps und Tricks zu kommen lassen? Da trennt sich schon die Spreu vom Weizen. Ich kenne wenige, sehr, sehr wenige Steuerberater, die dieses Thema anpacken. Warum? Habe ich am Anfang geschrieben, viele wollen es gar nicht, die sagen, ach, da musste man dann ja sagen, das kostet ein extra Geld, weil das ist nicht über die Pauschale, die gezahlt wird für die monatliche Buchführung, also Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung und so weiter und den Jahresabschluss, das sind extra Positionen, die bezahlt, das sind Positionen, die automatisch Anfall bezahlt werden, aber jede extra Beratung, so eine Steuergestaltungsberatung oder gar eine Art betriebswirtschaftliche Beratung oder eine Beratung, wie finanzierst du richtig, was musst du da beachten, welche steuerlichen Sachen sind bei Finanzierung zu beachten, das müsste der Steuerberater neu in Rechnung stellen und ich sage dir eins, viele wollen das nicht, die haben keinen Bock, dann wieder ein Gespräch mit dem Kunden, mit dem Mandanten zu führen, hey, das ist jetzt extra leisten, musst du extra bezahlen. Gibt es natürlich auch Kunden, die sagen, warum willst du denn jetzt extra Geld haben, ich habe doch schon im Prinzip jeden Monat zahle ich doch Geld an dich, das müsste doch inkludiert sein. Nein, das ist nicht inkludiert, dann ist es so, ich nehme mal ein Beispiel mit dem Zahnarzt, der Zahnarzt hatte gerade, was ich, drei neue Zähnchen gemacht und dann gehst du das nächste Mal hin und sagst, okay, jetzt hätte ich gerne noch eine PZR, eine Zahnreihe, der Junge macht dir doch ein bisschen kostenfrei, weil ich habe ja gerade mit dir einen dicken Umsatz gemacht, sagst du der Zahnarzt auch, sorry, das ist eine neue Leistung, die musst du natürlich bezahlen. Was du gestern bei mir eingekauft hast, dafür hast du eine Leistung bekommen, das ist erledigt und für neue Leistung, neues Geld. Also ist immer ein schmaler Grad zu sagen, hey, der Steuerberater macht nichts, das ist ja manchmal, sind Mandanten auch so fordernd, erlebe ich auch schon mal von dem einen oder anderen, der Steuerberater muss doch machen und wenn ich dann nachfrage, stellt sich heraus, der Mann ist immer gar nicht bereit, dafür auch etwas zu bezahlen. Das läuft natürlich nicht. Das will ja jeder in seinem Eigengeschäft haben, auch haben, also ich mache nichts kostenfrei. Natürlich manchmal Cui Bono oder manchmal als Serviceleistung, wo ich so eine Art Over-Denevering mache, wo ich mehr liefere als vereinbart war, das ist okay, aber sorry, es arbeitet keiner für die Ehre. Wir sind alle wertwirtschaftlich tätig, haben eine Gewinnerzielungsabsicht und wollen natürlich auch mit dem Geld, was wir vereinnahmen, etwas aufbauen. Altersversorgung aufbauen, Vermögenssicherung betreiben, es unseren Liebsten sehr, sehr schön gestalten. Das sollte schon ein Ziel sein, also für, es ist nichts los im Leben. Ja, da habe ich also jetzt beschrieben, Tagesgeschäft des Steuerberaters, manche machen schon eine Steuerhochrechnung, ganz wichtig, wie hoch wird die Jahressteuer, beispielsweise 23, anfallen. Wir haben jetzt schon August, das heißt, man kann durch Hochrechnung schon ziemlich genau sagen, wie viel Steuer der Unternehmer oder der Arzt in dem Beispiel zu entrichten haben und er kann entsprechend seine Steuerrücklagen bilden. Und wenn du die Steuerrücklagen gebildet hast, monatlich am besten, ein paar Daueraufträge ist mein Tipp, dann bist du auch ganz locker, wenn das Finanzamt irgendwann sagt in 2023, lieber Herr Adam, du musst jetzt für 21.000 80.000 nachzahlen, für 22.000 nehmen wir den gleichen Betrag, bist bei 160.000 addiert und das erste halbe Jahr, 23.000 ist ja auch schon um, dann zahlst du nochmal 40.000 drauf, das heißt, du bist bei 200.000 Euro. Die muss doch im Kontrollen haben und die Vorauszahlungen sind dann auch schon wieder höher, also da ist ein Liquiditätsbaum ganz, ganz, ganz wichtig und das ist eines Erachtens auch eine ureigenste Aufgabe des Steuerberaters, darauf hinzuweisen, denn ich erlebe das sehr oft in meinem Landschutz und Leute sagen, ach, mein Steuerberater hat nicht ganz darauf hingewiesen, dass ich so viel Steuer nachzahlen muss. Letztens so ein Klopfer, Steuerberater macht Termin, ach Herr Doktor, alles klar und so weiter, das war ein Arzt in der Werberat, morgens vom Steuerberater. Übrigens, wir müssen 100.000 nachzahlen, der ist das rumgefallen, ja, weil auf der anderen Seite, es ist deine Verantwortung als Unternehmer, ein bisschen sich damit zu beschäftigen, in welchem Bereich fällt bei mir Steuerzahlung ein und wenn du siehst, der Steuerberater macht das nicht für dich, dann musst du es einfordern und das sind im Prinzip so ein paar Skills, die man drauf haben muss, nach dem Motto, ich mache 100.000 mehr Gewinn, wenn ich 100.000 mehr Gewinn mache, dann lege ich davon ungefähr 40% auf die Seite, also 50.000, aber ich weiß, dass ich mehr steuerlich zahlen muss, das ist mit meinen Vorauszahlungen nicht abgegolten. Ich habe jetzt immer so ein paar Begriffe drauf, der eine oder andere kennt das, für einen von den anderen ist es beispielsweise Abschluss ist Neuland, deshalb ruhe ich ein bisschen auf, also verzeiht mir für die Leute, die das schon alles drauf haben, die können sagen, hey, alles klar, Holger, kenne ich doch eh, ich mache das alles richtig, aber es gibt viele, naja, die haben sich mit dem Thema noch nicht so beschäftigt, sind aber jetzt gerade, weil sie den Podcast hören, vielleicht dafür ein bisschen sensibilisiert, oh, da muss ich mich doch mit beschäftigen. Also du zahlst in der Regel Steuer voraus, das Finanzamt sagt, quartalsmäßig, gib mir schon mal ein Teil der vorauslich entstehenden Steuerschuld des Jahres, das kassiere ich schon mal ein. Und dann kann es natürlich sein, dass die Vorauszahlungen irgendwann, wenn der Gewinn im nächsten Jahr gestiegen ist, sind die dann im Laufendenjahr zu niedrig, dann kommt es zu einer Nachzahlung und das muss man einkalkulieren. Da habe ich eben das Beispiel genannt, wenn du dann auf einmal merkst, du hast in dem Folgejahr 100.000 mehr Gewinn gemacht, das ist nicht abgedeckt durch die Vorauszahlung, weil die bisher nur, warum wir einen Gewinn von 200.000 abgedeckt haben, aber keinen Gewinn von 300.000 abgedeckt haben, also die 100 plus oben drauf, dann legst du bitte für die 100.000 mehr Gewinn 40.000 Euro, also im Monat immer 3.300, ein paar gequetschte, 119 ungefähr, die legst du bitte per Dauerauftrag auf die Ruhe Kante, damit keine Überraschung kommt, wenn das Finanzamt sagt, hey, lieber Unternehmer, du bist jetzt bei mir ein sehr, sehr guter Kunde, zahl bitte so viel Steuern an mich nach. So, jetzt kam aber zu dem Thema, hey, ich möchte meinen Steuerberater, bin ich mit unzufrieden, was soll ich tun? Also eines ist ganz klar, emotional hingehen und sagen, ich kündige das Mandat, ich suche einen neuen Steuerberater, bitte mache das nicht. Ich will doch den Grund nennen, warum das nicht machen solltest, weil du musst es bei einem neuen Steuerberater finden. Holger, was eins geht denn damit? Die sind doch froh, wenn sie mich kriegen. Ich zahle im Prinzip mit einem Steuerberater 10.000, 15.000 Euro im Jahr, das ist ein schönes Mandat. Ja, schönes Mandat, aber da die Steuerberater alle überlastet sind, machen viele, sagen, ich mache Aufnahmestopp, ich will gar keine neuen Mandanten mehr nehmen. Also Vorsicht, bitte keine emotionale Entscheidung. Ganz, ganz wichtiger Tipp, einen Schnellschuss machen, don't do it. Und wenn du es machen willst, frag mich bitte vorher, ich kann dabei helfen. Ich habe ja sehr, sehr viele Kontakte zu Steuerberatern und wenn ich einen Kontakt vermittle, ich habe also sehr viele Mandanten schon einem neuen Steuerberater besorgt, gucke mal, wie das passt. Aber dann weiß ich auch, habe ich vorher das Commitment des Steuerberaters, wenn ich ihm ein neues Mandat avisiere, dass der das auch annimmt. Es sei denn, die Chemie stimmt nicht, aber er ist dann arbeitsfähig, er ist aufnahmefähig. Da wirst du wirklich nicht erleben, deshalb, nee, ich bin jetzt auf einmal zu. Dann, so einen Steuerberater würde ich dir nicht hinsetzen. So, was sollst du machen? Zuerst einmal denke ich mir, du musst kommunizieren mit deinem aktuellen Steuerberater und sagen, Herr Steuerberater, wir müssen mal ein Gespräch machen, keinen Kaffee trinken, wie üblich, über die Kinder reden, über das Golfspielen oder Tennis, über die Hobbys reden und über Urlaubsfotos sich zusammen anschauen. Das hat dann nichts mit Steuerberatern zu tun. Das muss auch sein. Man hat ja auch eine Beziehung irgendwo, einen Beziehungsaufbau. Wenn der Steuerberater einen noch so ein bisschen kennt, wie man so privat tickt, dann kann er sich auch Gedanken darüber machen, was bei dir noch vielleicht zu beachten ist, wo Risiken vielleicht entstehen könnten, wo Chancen bestehen, etwas zu optimieren. Also deshalb ist so eine vertrauenswildende Maßnahme ganz gut. Es gehört auch dazu, zwischenmännliche Kontakte aufzubauen. Alles klar, aber du musst natürlich mit deinem Steuerberater kein Bier trinken gehen, abends an der Theke, mit der Hundmännergeschichten oder Frauengeschichten austauschen. Also, kommuniziere mit deinem Steuerberater, setz dich mit dem Zusammensacher Steuerberater ganz konkret, ich bin unzufrieden damit. Ein Beispiel, ich habe jetzt eine Zahnärztin als neues Mandat bekommen, die war mit ihrem Steuerberater-Büro unzufrieden. Und erstaunlicherweise war sie bei einem Büro, das auf Apotheker, Ärzte und Zahnärzte spezialisiert ist. Die sollten das Fach eigentlich verstehen. Haben auch eine schöne Buchführungsauswertung gemacht. Sehr schön, hat man gemerkt, das ist keine 0815-Buchführungsauswertung. Das ist schon spezifizierte. Aber sie hatte keinen Steuerberater als Ansprechpartner. Die Dame, die gebucht hat, war kaum zu erreichen. Sie musste vorher, musste meine Mandantin, die Ärztin, eine E-Mail hinschicken. Ich möchte gerne ein Telefonat mit Ihnen machen. Ein paar Tage später kam dann einen Termin vor, ein paar Tage später. Also, diese zeitliche, schnelle Verfügbarkeit des Steuerbüros, die ist wahrscheinlich nicht als gut zu bezeichnen. Aber was noch viel schlimmer war, buchführungsmäßig ein halbes Jahr hat sie gewartet, bis die Buchführung gemacht worden ist. Das heißt, sie hat die ersten sechs Monate lagen vor, sie reichte die Unterlagen monatlich ein und es war im siebten Monat noch kein einziger Monat gebucht. Ja, das ist wie ein bisschen Blindflug. Wenn du, die Sinnhaftigkeit des Buchens ist ja nicht fürs Finanzamt, das musst du eh machen, aber das ist ja wie ein Navigationssystem aus der Buchführung, aus der Summen-Seilen-Liste sollte man ein bisschen ableiten können, hey, wo stehe ich denn gerade? Was ist zu beachten und so weiter? Ich brauche diesen Navigator, diese Orientierung der Zahlen, damit ich etwas machen kann. Ich sage mal, du brauchst das, ich brauche das. Also, ich als Berater finde es immer gut, wenn ich Zahlen vorliegen habe. Zahlen, Daten, Fakten, geh mir vor, wie läuft es, was könnte besser laufen etc. Aber die Zahlenärztin sollte sich auch mit diesen Zahlen ein bisschen beschäftigen oder sie muss einen haben, der ihr diese Zahlen übersetzt. Also der Steuerberater, das gehört meines Erachtens zu den Aufgaben des Steuerberaters. Wenn ihr seht, da ist irgendwas quer, sollt ihr schon sagen, ich sehe deine Zahlen, gefällt mir nicht, wir müssen uns mal unterhalten. Dann sollte er proaktiv aus meiner Sicht vorgehen. Macht das dein Steuerberater? Machen das Steuerberater? Ja, einer macht es dann noch nicht. So, also meine Mandantin hatte dann keine Transparenz darüber, wie viel Steuern muss ich eigentlich nachbezahlen. Ja, dann kommt noch dazu, dann ist damals, hat sie eine Praxis gekauft mit dem Gebäude. Da ist notwendiges Betriebsvermögen entstanden. Das heißt, auf einmal ist die Immobilie mit dem Betriebsvermögen, heißt mit anderen Worten, wenn eines Tages mal die Immobilie veräußert wird, ist die steuerpflichtig. Wäre das ein Privatvermögen gewesen, dann wäre es nicht steuerpflichtig, wenn sie die 10. Jahresfrist beachtet hat. Tja, das sind immer so Themen, da wäre ein Beratungsansatz möglich gewesen, das zu verändern, zu heilen, Ideen vom Steuerberater kamen nicht. Also, gesagt, getan, wir haben geschaut, kann man mit dem Steuerberater kommunizieren, aber die Situation war schon so klar nicht erreichbar und, und, und. Letztendlich gesehen habe ich einen neuen Steuerberater besorgt, Vorstellungsteilungen gemacht, die beiden haben sich auch menschlich verstanden, auch fachlich ist es ein guter, der sofort gesagt hat, aufgrund der Zahlen, die wir ihm gezeigt haben, von dem bisherigen Steuerberater, sagte der Neustörber, oh, das und das und das gefällt mir nicht, das und das ist mir aufgefallen, das und das würde ich anders machen. Das heißt, er hat sich schon konkret damit beschäftigt, wie man das machen kann. Aber nun zurück, das war jetzt ein Fall, wo man den Steuerberater ausgewechselt hat, weil da nichts mehr zu holen war, weil nichts mehr zu verbessern war. Ich bin es, diese Steuerberater war auch froh, dass sie gegangen ist, die war gar nicht böse, wir haben gar nicht gekämpft, man hat gesagt, Frau Doktor, bleiben Sie doch hier, oder was können wir besser machen? Nee, ja, wissen Sie, wir sind so in Arbeit, wir wissen nicht, wo hinten und oben und unten ist und so weiter. Das heißt, ihr habt mir gesagt, du, wenn du gehst, ist zwar irgendwie schade, aber wir sind eigentlich froh darüber, dann haben wir ein Mandat, das wir nicht bearbeiten müssen. Weil der Steuerberater hat nicht das Problem, dass er keinen Umsatz da gelegen hat, sondern das Problem, dass sein Umsatz, der da liegt, in Form von Mandanten abgearbeitet werden muss und da hängen viele, viele Steuerberater hinterher, Personalmangel etc., habe ich schon gesagt, lässt grüßen. Also, mit deinem jetzigen Steuerberater, wenn du unzufrieden bist, erstens, du musst mit ihm kommunizieren, Gespräch machen. Herr Steuerberater, das und das gefällt mir nicht. Wie sehen Sie das? Ich möchte gerne, dass Sie das und das machen. Und dann hat der Steuerberater die Möglichkeit, sich zu erklären. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Er sagt, okay, mache ich gerne. Haben Sie vollkommen recht, ich mache das. Dann gibt es dem bitte die Chance, das zu machen. Und dann hat er ja versprochen, etwas zu liefern. Liefert er? Prima, seid da weiterhin Freunde. Ich empfehle dir, mit ihm weiter zu arbeiten. Macht er es nicht, dann musst du dir einen neuen suchen. Aber dann nicht, wie gesagt, sofort kündigen, sondern du musst erst mal einen neuen haben. Was du denen fragen musst, sage ich dir ja gleich auch nochmal. Da gebe ich dir auch noch den einen oder anderen Tipp. Dann ist aber, viele Steuerberater wollen sich gar nicht verändern. Oder nee, stimmt. Das habe ich gesagt, der sagt, der will sich verändern. Oder ist der Steuerberater, könnte jetzt zu dir sein im Gespräch. Tja, hör mal, Herr Unternehmer, ich habe immer Tipps gemacht, aber Sie haben nie darauf reagiert. Ich habe gesagt, wollen wir uns darüber unterhalten. Sie haben im Prinzip meine Postille, die ich regelmäßig schicke, wo der ein oder andere Tipp drauf ist, wie Sie etwas verbessern können. Habe ich auch nie was von Ihnen gehört. Wenn wir uns unterhalten haben, da haben Sie das Thema Golfen als Beispiel zum Thema gemacht. Aber wir haben uns jetzt nicht über andere Sachen unterhalten. Wenn ich irgendwelche Tipps gegeben habe, habe ich nicht den Eindruck gehabt, dass Sie das umgesetzt haben. Sagt, ja, ja, überlege ich mal, ob es nie was gelaufen ist. Das heißt, dadurch deutet der Steuerberater an, eigentlich bist du beratungsresistent. Du bist für solche Themen nicht offen. Warum soll ich mir dann Puckel machen, ohne im Prinzip immer wieder nachfragen. Hör mal, ich kann, ich kann, ich kann. Kann ich verstehen, ich renne auch kein Mandanten hinterher. Das sagt man ein-, zweimal. Und wenn der Mandant das nicht möchte, dann lässt man ihn. Das wäre dann aufdringlich und gehe von aus, der Steuerberater hat andere Sachen zu tun. Also, immer differenzieren. Liegt es an dir, dass der Steuerberater nichts gebracht hat, oder liegt es am Steuerberater? Wobei, eins ist natürlich auch klar, es ist nicht immer eine Wohlschuld. Was meine ich damit? Wohlschuld bedeutet, dass du hingehst, als Steuerberater, ich habe die Idee, können Sie mal machen. Also, du musst ihn immer anpiksen, damit er läuft, damit er was macht. Sag mal so, wenn der gut ist und du piekst ihn und er macht was, kannst du auch mit dem Steuerberater alt werden. Aber du musst wissen, wie du ihn piekst, mit welchen Themen. Also musst du dich da vorher ein bisschen informieren. Naja, du hast ja hier den Finanzpodcast, den du vielleicht regelmäßig hörst. Da hast du bestimmt die ein oder andere Idee, womit du deinen Steuerberater pieksen könntest. Das heißt, mal anhauen könntest, hey, kannst du mich da beraten. Und dann wirst du sehen, ob er was macht oder was er nicht macht. Also wichtig ist auch, dass du ein Steuerberater fragst, welche zusätzlichen Sachen können sie mir denn bieten, ich bisher noch gar nicht kenne. Weil ich da vielleicht nicht offen war, weil es sich irgendwie nicht ergeben hat. Also kitzel ihn bis. Du musst Fragen stellen. Dann musst du seine Antwort natürlich bewerten. Wie reagiert er? Mimik, gestik? Was artikuliert er? Welche Formulierung hat er drauf? Geht er in das Tal der Entschuldigung? Oder gibt dir sogar die Schuld? Nach dem Motto, ja, das liegt doch an ihm, müssen Sie was machen. Und es kann sein, dass der Steuerberater direkt sagt, manche verklausulieren das so ein bisschen in ihrer Sprache. Die sind ja auch nicht unbedingt die besten Rhetoriker, weil das ist in der Ausbildung nicht gelehrt worden, wie man rhetorisch vorgeht und wie man richtig kommuniziert, einfühlsame Kommunikation mit Mandanten und so weiter, auch in schwierigen Situationen. Das ist kein Lernfach bei Steuerberatern. War bei mir auch nie ein Lernfach, das lernt keiner im Studium. Es ist ja eine Lernfach, eine Psychologie, Ausbildung weiß, wie man richtigen Fragen stellt. So, wenn das alles nicht hilft, dass er aufgrund deiner Bitte des Gesprächs sich nicht verändern will oder kann, dann ist es Zeit, dir einen neuen Steuerberater zu suchen. Und da einen ganz klaren Tipp. Erstens, wie suchst du ihn? Jetzt muss ich eins dazu sagen, wenn du dich irgendwo bei deinen Freunden bekannten. Hey, hast du einen guten Steuerberater? Da sage ich mal, wenn mich einer fragt, ich bin meinem Zahnarzt als Patient und ein Kumpel sagt, hör mal, welchen Zahnarzt kannst du mir empfehlen? Dann sage ich, du, mein Zahnarzt ist nett, ich glaube, der macht einen guten Job, aber hey, kann ich den beurteilen, medizinisch? Nee, kann ich nicht. Ich kann beurteilen, wie ist das Ambiente, wie ist die Rezeption, wenn ich da reinkomme, wie geht er mit mir um? Habe ich ein gutes Gefühl, wenn er mir einen Heil- und Kostenplan aufstellt oder habe ich das Gefühl, er will mir dann 20.000 Euro Heil- und Kostenplan auf die Nase drücken, was ich gar nicht brauche? Also ich habe dann im Prinzip weiche Faktoren, die ich bewerten kann, aber diese Hardtags, wie gut arbeitet er wirklich? Sorry, kann ich nicht beurteilen. Was will ich mit diesem Beispiel sagen? Ich glaube nicht, dass deine Kumpels oder auch du die Qualität deines Steuerberaters beurteilen kannst, weil du weißt nicht, wie er arbeitet. Dafür müsstest du schon ein bisschen Ahnung von Steuern, Finanzen und, und, und haben. Ins Detail gehen können, also in der Regel gezweigte Faktoren. Nach dem Motto, ey, mein Steuerberater ist gut, der ist nett, der fragt, wie es mir geht, der macht eine Steuervoraus, Hochrechnung, das ist schon mal ein hartes Kriterium, macht eine Steuerhochrechnung, ist schon mal gut, oder der kommt in den Termin und sagt, pass auf, ich habe die Ideen, etc. Das sind harte Faktoren, die lasse ich gelten, finde ich cool, aber der Motto, ja, ich habe bisher die Steuern nachzahlen müssen, das Finanzamt hat mich in Ruhe gelassen, ist der deshalb ein toller Steuerberater, pfuh, du, die andere Seite Medaille ist, der andere Mandant sagt, du, ich habe einen Steuerberater, der ist cool, weil ich habe nachzahlen müssen, aber weniger, als wir eingeplant haben. Was heißt das Beispiel wiederum? Ich will dir das kurz übersetzen, als ein Steuerberater, der sich nie mit dem Finanzamt auseinandersetzen möchte, der nicht in Clinch gehen möchte mit dem Finanzamt, weil das ist Zeitaufwand und das Finanzamt kann ihn natürlich ärgern, wenn er für seine Mandanten alles durchbringen will und dem Finanzamt viel Arbeit macht, dann kann es sein, dass er dann, als Dankeschön von den Finanzbeamten, keine Fristenverlängerung bekommt, dass die ihn auffordern, du musst die Steuererklärung schneller abgeben, du kriegst keine Fristenverlängerung von mir. Das heißt, viele Steuerberater gehen natürlich daubt den Weg des geringsten Niederstandes, bevor ich das Finanzamt zu sehr prangsaliere für meine Mandanten, mache ich dir lieber die weiche Nummer, lieb und brav, gebe ab, das wird bezahlt werden, muss durch bezahlt, ich habe meine Ruhe, das Finanzamt hat seine Ruhe, aber, der Quintessenz ist, der Mandant hat nichts ausgereizt und probiert, dass er den einen oder anderen Euro an Steuern sparen kann. Der andere Steuerberater sagt, hey, ich haue den 10.000 Mehrkosten rein und ich streiche mir 5.000, das heißt, 5.000 konnte er dadurch Geld machen. Heißt natürlich jetzt übersetzt, der Mandant muss nachbezahlen, ja, aber er hat es aber gespart und was, der Laie kriegt dann nur mit, ich habe einen Steuerberater, also der Kumpel hat einen Steuerberater, da habe ich doch nicht Steuern nachzahlen müssen, ey, cool. Der ist aber nicht der Bessere in dem Beispiel. In dem Beispiel ist der Steuerberater besser, wo der Mandant hat nachzahlen müssen, aber von dem, was man in den Finanzamt reingeschoben hat, in allen 5 Strichen, hat das Finanzamt die Hälfte anerkannt und nur die Hälfte gestrichen. Also hat der Steuerberater für dich was gemacht, du hast Steuern gespart. aber in der Erzählung hast du nachgezahlt. Deshalb frag bitte Experten oder mach dir eine Checkliste, welche Fragen du dem Steuerberater stellst und was kannst du ihn fragen? Erstens sollte der Steuerberater im Vorstellungsgespräch dir Fragen stellen. Er sollte dich fragen, wer bist du, was machst du, wie hat der bisherige Steuerberater mit ihnen gearbeitet? Was fanden sie gut, was fanden sie nicht gut? Was sollte ich noch obendrein bringen, damit das für sie ein Ding ist, wo sie sagen, hey, mit dir gehe ich meinen nächsten Weg. Das sollte der Steuerberater fragen. Macht das ein Steuerberater? Ich kenne sehr, sehr wenige, die so vorgehen, sondern die fragen den Mandanten, ja, was wollen sie denn? Das wäre so, ich gehe zum Arzt und der Arzt sagt, ja, was kann ich denn für sie tun? Da muss ich meine Anamnesediagnose dem erzählen oder was? Nee, sorry, das muss der Arzt bis den Patienten fragen, damit er danach eine Therapieempfehlung geben kann und der Steuerberater muss genauso fragen, wer bist du, was machst du, wie warst du mit dem Steuerberater zufrieden, was hat er gut gemacht, was kann er besser machen? Ich wiederhole das extra nochmal, gebetsmühlenartig, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Der Steuerberater sollte dich fragen, stößt du auf einen, der Rhetorisch nicht so gut drauf ist, der das nicht so kennt, aber der könnte das zu einer Leistung trotzdem bringen, dann stellst du bitte die Fragen. Herr Steuerberater, soll ich ihm mal erzählen, wie ich bisher betreut worden bin, was mir gefallen hat, was mir nicht gefallen hat? Wenn er darauf eingeht, dann ist er schon mal offen dafür. Dann erzählst du deine Geschichte und sagst, das und das möchte ich mehr haben, jetzt haben sie mich gehört, was können sie denn, können sie mir das bieten, was können sie mir darüber hinaus noch bieten? Wie laufen unsere Jahresgespräche ab? Was ist, wenn wir uns treffen? Welche Themen haben wir da? Soll ich dann etwas vorbereiten? Das heißt, du gehst schon richtig rein in ein Gespräch, damit du weißt, wen hast du vor dir? Und dann wirst du schon ziemlich schnell selbst merken, ist das einer, mit dem du den Weg gehen kannst oder nicht? Also, das kannst du selbst machen. Mach dir eine Art Checkliste, wo diese Punkte draufstehen. Besprich dann den Leistungsumfang, den der bringen kann. Sprich aber auch Kosten und Honorare an. Das heißt, was ist in den Fixkosten enthalten? Was ist, wenn Extraberatungen gemacht werden und so weiter? Wie er arbeitet? Und du musst dich natürlich auch damit beschäftigen, wie komme ich bei meinem eigenen Steuerberater aus dem Vertrag aus? Wünsche Steuerberater machen Verträge. Aber ich sage dir eins, es gibt so eine Extraklausel im Gesetz, wenn hier eine emotionale Unzufriedenung da ist, dann kann es dir nicht weiter zugemutet werden, mit dem Steuerberatung zu arbeiten. Dann hast du ein außerordentliches Kündigungsrecht, egal, ob du dir jetzt einen Jahresvertrag mit dem Steuerberater abgeschlossen hast oder nicht und der Steuerberater wirklich daraus lassen müssen. Kann aber Kosten noch Geld machen. Beispielsweise, wir sind jetzt in 23, habe ich ja gesagt, im August und er hat schon angefangen mit der 21. Steuererklärung ist kurz vorm Fertigwerden. Dann kann er das natürlich in Rechnung stellen. Dann lässt du ihn vielleicht über die 21. Steuererklärung fertig machen. Oder er ist so gottenschlecht und sagt, da gebe ich es zu dem neuen Steuerberater, weil dann kann der gleich Einfluss nehmen und ein bisschen gestalterisch tätig werden. Das ist mir lieber. Dann kann der alte Steuerberater bis dahin die Angefangenen arbeiten dir natürlich in Rechnung stellen. Aber das ist ja legitim, kein Thema. Heißt, also kann es wechseln. Und viele Steuerberater, die ich kenne, die sagen, ich lasse natürlich den Mandanten ziehen, wenn der sagt, ich bin nicht zufrieden mit dir, lieber Steuerberater. Und ich merke, als Steuerberater, ich kann da auch nichts mehr flicken und da ist keine Möglichkeit mehr vorhanden. Lasse ich natürlich gehen. Ist doch gar kein Thema. Ich halte doch keinen fest und sorge dann noch für Ärger. Würde Steuerberater auch nicht machen, weil wenn das so läuft, dann spricht derjenige, der weggeht, der Mandant sagt, ah, der Steuerberater, der hat das und das gemacht, wo wir noch Geld haben und mich abgezockt. Du kennst ja, wenn du zufrieden bist, erzählst du es all, wenn du unzufrieden bist, erzählst du es zehn Leuten oder noch mehr Leuten, die dir über den Weg laufen, was du als erlebt hast mit deinem alten, schlechten Steuerberater. Also, denk mal, da soll man immer mit offenem Visier ein Gespräch führen. Alter Steuerberater, ich merke, wir kommen nicht weiter. Sei es mir nicht böse, aber ich gehe jetzt einen neuen Weg, weil sie mir das und das nicht beten können. Werden sie nachvollziehen können, dann gehe ich und ich möchte, dass sie mich rauslassen. Welche Arbeiten sind noch offen? Was müsste ich dann noch mit ihnen regeln und bezahlen? Dann weißt du auch von der Spiegel her, es kommen keine Überraschungen, sondern dass das offen kommuniziert, so gehört sich das meines Erachtens auch. Ich habe jetzt ziemlich weit ausgeholt. Ich sehe, wir sind bei 33 Minuten, aber das Thema ist so wichtig, war mir wichtig, dass ich da wirklich mal sehr, sehr, sehr aushol, damit für jeden ein bisschen was dabei ist und jetzt noch eine Lösung für diejenigen, die sagen, hey Holger, cool, aber ich kann und will solche Gespräche nicht führen, weder mit meinem alten Steuerberater noch bin ich in der Lage, so ein Interview, ich sage mal, Grilltermin mit meinem neuen Steuerberater zu führen, Grilltermin, das heißt, den lege ich auf den Grill und frage ihn so lange, dass ihm richtig heiß wird, was ich von ihm erwarten kann und was ich nicht von ihm erwarten kann, kannst du mir da bitte helfen? Ja, kann ich machen. Erstens, ich gucke mir deine jetzigen Unterlagen an, was macht der Steuerberater für dich? Wir besprechen das Ganze, ich frage nach deinen Zielen und Wünschen, was hat dir gefallen, was hat dir nicht gefallen? Daraus kann ich dann ableiten, machen wir ein Gespräch mit deinem alten Steuerberater, das ist immer First Step, sollte man machen, es sei denn, der ist so grüppenschlecht, da muss man sofort einen neuen suchen und dann würde ich auch die Gespräche mitführen, einen neuen Steuerberater, der für dich passt, mit seiner Person, mit seiner Leistungsfähigkeit, wo ihr im gemeinsamen Weg gehen könnt. Das kann ich dir anbieten, wenn du das möchtest, komm gerne auf mich zu, meine Kontaktdaten stehen wie immer in den Shownotes und ja, da bleibt mir heute doch nur eins übrig zu sagen, liken, teilen, weitersagen, like bitte meinen Podcast, gib doch vielleicht drei, vier schöne Bewertungssätze ab auf Spotify oder iTunes oder gerne auf Google oder bei Kennst du ein, lassen wir uns bewerten von zufriedenen Kunden auch oder von Podcast-Hörern, denn das führt dazu, dass unsere Podcasts noch mehr gefunden werden, dass auch viele andere Menschen diesen Podcast hören können, die nicht wissen, dass es diesen Podcast gibt und denen du damit auch eine Freude machen kannst und vor allen Dingen teile den Link des Podcasts an der Freunde, Bekannte und Geschäftsfreunde, denn auch die überlegen vielleicht, kann mein Steuerberater mehr leisten? Was soll ich tun? Was muss ich beachten? In dem Sinne, alles Gute, dein Holger.